Hallo Leute, Alex hier. Langsam ist es soweit, dass der Planche Gestalt annimmt. Ich hoffe, das ist nicht so wichtig hier und ihr versteht mich einigermaßen. Ja, ich werde jetzt mal ein kleines Video machen und mal kurz zeigen, wie weit ich momentan bin mit dem Planche. Ist noch nicht super perfekt, aber ein großer Schritt in Richtung ordentliche Ausführung. Viel Spaß, guckt es euch an und ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Bis bald! Outro 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 Outro